Hey Leute, heute zeige ich euch wie ihr in Paint so ein richtig epic Quadrat machen könnt, also erstmal müsst ihr Paint öffnen, das ist sehr wichtig, dann geht ihr hier drauf und dann macht ihr einfach das hier und dann habt ihr halt so ein Quadrat und dann, eigentlich ist es ein Rechteck, aber egal, dann machen wir hier auch speichern halt, dann speichern wir es, dann quippen wir mal was raus, dann öffnen wir einfach halt wieder die Datei, damit ich zeige, dass dieser Tutorial kein Fake ist. Ähm, wha, don't open, hä, ok, klick hier, um zu spielen, hä, what the fuck, also ich meine, das ist jetzt ernst, ne, also ich hab gar nichts gemacht, ich hab nicht editiert, äh, also ich drück mal da drauf, hä, what the fuck ist passiert, hä, ich frag mich, ob das funktioniert hat, yo, what the fuck, ist das funktioniert? Warte, was ist das für ein Geräusch? FBI, open up!